So, und jetzt bin ich gespannt, ähm, was ist das? Was haben wir gerade gemacht? Was ist das? Näh! Näh! Das ist jetzt ein Witz! Alter! Was ist das? Wow! Hey, wie geil ist das? Die haben alte Zonen genommen und verbessert! Alter! Wie geil! Wow! Alter, wie ich das feiere! Äh, was war das? Was war das? Hab ich gerade etwas gesehen? Ich krieg mich nicht mehr rein! Alter, jetzt bildet das Ding tatsächlich eine Desoxyribonucleinsäure! Zu einfach, er verschläte seine DNA! Ein DNA-Strang! Wie war gerade gesehen? Alter, wie? Was ist das? Alter, die Maschinerin hier! Okay, das ist eine Rutschbahn! Aber auch gut! Juhu! Äh, jetzt kann ich auswählen! Äh, nach oben ist immer gut! So! Alter, wie geil sie jetzt das mit diesen Terminalien gemacht haben! Übrigens sind wir jetzt... Moment! Äh, sind wir jetzt im Inneren! Irgendwo in einer Fabrik! Ach, der Scheisse! Wir sind im Inneren! Grüne Spritze! Und das macht es so, so, so wackelpudiger! Das Grüne! Sonst springt man höher! Cool! Oh, ich will mehr! Was ist das? Unsere Ringe wurden blau! Das bedeutet... Das bedeutet... Ich weiss nicht, was das bedeutet... Cool! Und der Levelaufbau ist so geil! Rechts! Okay, dann nix! Ein Leben! Der Soxiribonucleinsäure! Gefährlich! Wow! Das sind übrigens Riesenringe gewesen! Ein bisschen hammisch! Und wieder so viele Ringe jetzt, wo wir gerade verloren haben! Und der Blaue ist weg! Hm, vielleicht ist das die Funktion! Des Blauen Rings! Geh weg! Bienenflieh... Äh, Spinne! Geh weg! Lass mich! Spienenbinne wollte ich gerade sagen! Spielen! Boah! Mir wird noch schwindlig! Yes, green! Woo! Boah! Alter Schwede Ich krieg mich nicht mehr ein ab dem Spiel Sega hat es geschafft Sega hat es geschafft Das beste Sonic Spiel seit... Was ist jetzt los? NEIN Jetzt verraschst du mich runter Dr. Eggman's Mean Teen Machine Dr. fucking Eggman's Mean Teen Machine Das glaub ich jetzt nicht Das glaub ich jetzt nicht Wie machen wir das? Nicht gut Keine Ahnung, so irgendwie Ich muss da... Ja genau, scheisse, das wollte ich jetzt gerade nicht, aber... Ja gut Wir müssen hier mindestens vier zusammenbringen von diesen Tonen Mindy Maschinen halt Fünf sind natürlich besser, so wie wir es jetzt machen Jedes Mal wenn wir grosse Gruppen bilden, bekommt er so Steinblöcke, die dann bei ihm herunterfallen oder ich, und das ist nicht so gut wenn ich sie bekomme Das macht mich aggressiv Die Musik ist voll Am abgehen Sehr gut Das ist gut Wir müssen grössere Gruppen bilden, ich versuch das mal Ich versuch scheitert aber Da rein Ah man, scheisse, das hätte ich anders machen können Sind wir am Gewinn? Ja, wir sind ja gut am Gewinn Also komm, chill Chill doch Die Musik ist geil Äh, das brauche ich mir gerade nicht Rot, ja Haben wir so Und so Ist das nicht schlecht Äh, der Typ macht mir gerade Richte gerade Unheil an Oh mein Gott, was hast du getan? Eggman, ich bin besser in deinem Spiel Nein Nein, 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 nein Alter Das brempt mich zu mit Blöcken Wir müssen grössere Gruppen bilden Geld, da hin Äh, ja komm, rot, da hin Keine Ahnung Ich verliere Oh mein Gott, ich brauche ein Rot Also Was? Wir haben ihn besiegt? Alter, ich glaub's hier nicht, wir haben ihn besiegt Yay Alter, wie geil das ist Sie haben wirklich sogar nicht nur aus den Jump'n'Run Titlen Sondern aus diesen Nennen wir das Tätisch-seinlichen Titel Haben sie sogar Den haben sie sogar reingefiegt Alter, jetzt bin ich gespannt was noch kommt Jetzt kommt jetzt Sonic Patrick 3 Nein Studio Police? Studio Police? Was ist Pinkwood? Das sieht mir nach einer neuen Zone aus Die kenn ich gar nicht Ja, wie groovy die Musik ist Alter Voll der Jazz geht hier ab Na gut, nicht Jazz, irgendwas anders in die Richtung Sonic Yes Studio Police, Act 1, Sega, CW, HC, PWG Ich weiß auch immer das heisst Das sind Mikrofone Das sind Mikrofone So eins wie ich vor dem Kopf habe hier Das ist jetzt zu geil Was ist das Thema dieser Zone? In so einer Stadt, Studio Police? Was ist das? Warte, da war was Ah, da waren Ringe Oh Gott Geil Und da ist eine Windmühle, was hat das hier zu suchen? So ähnlich wie Casino Zone ist das? Oder? Auf mich geil WeNIE Ba 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 Was, was passiert? Was, was, was habe ich getan? Alter Wow, ich kenn Das kenne ich auch, aber Alter, das ist schwer Ich kenn das von Ich muss die blauen rot machen. Oh mein Gott, ich habe da keine Übung mehr drin. Ach du Scheisse. Ich darf die roten nicht berühren, nur die blauen. Ah, die Musik! Oder sind wir schneller? Okay, es sind nur noch ein paar. Okay, wir kommen gut. Oh Scheisse. Gut, wir kommen gut durch. Das glaube ich jetzt nicht. Chaos Emerald? Nein. Was ist das? Was? Was war das? Was haben wir da eingesammelt? Irgendeine Minze. Wie geil. Wir sind... Alter, das ist eine Filmrolle. Da unten. Zuerst ist wie ein Satellitenfunk, die strahlt jetzt an der Filmrolle. Studio Police. Also mehr so Kinomässig ist die Zone. So muss man das verstehen. Hollywood. Das ist Hollywood. Da war eine Filmklappe. Alter, die Gimmicks, die hier gebaut haben. Ich, ich, ich... Ich könnte mich hier drin verlieren vor Freude. Ecknock. Was ist Ecknock? Sind wir nicht ganz koscher aus der Shop da hinten? So mit der Chemieflasche in der Mitte. LSD. Ja, ja, ja. Mit dem Erlenmaierkolben, sollte ich sagen. Oh mein Gott, das war gemein. Oh mein Gott, das war gemein. Was ist das? Was? Eggman. Der Regisseursstuhl von Eggman. Ah, jetzt wissen wir, wer hier die Filme dreht. Das sind aber coole Filme. Alles so Apokalypsenfilme. Weltwundergang und so. Äh, apropos Hilfe. Äh, Polizistenroboter greifen und so an. Ähm. Ach du Scheisse. Ähm, hallo? Wo bin ich? Ich sehe mich selbst gar nicht. Was? Was war das? Habe ich etwas Gutes gemacht? Was war das? Ich habe nur Raketen gesehen und bin irgendwie gesprungen und... Aber der Helikopter ist cool. Der Helikopter ist richtig cool. Ähm. Es hat blau und rot Raketen. Okay, die blauen tun mir weh. Die blauen tun mir weh, wenn ich... Oah. Die roten auch? Hä? Was passiert hier zu uns? Schitt zwischen blau und rot? Habe ich vorhin eine blaue getroffen? So richtig? Mein vor oben? Was ist das? Hör auf die Rollen und somit. Echt noch. Die roten... Die sind nicht so cool, glaube ich. Die blauen, ein Moment. Au. Die blauen müssen wir aber treffen, glaube ich. Blauen sind gut für uns. Ich brauche Ringe! Oh Gott sei Dank. Oh die Musik! Blaue Rakete. Was? Ich habe nichts gesehen. Alter, ich habe nichts gesehen, was man getroffen haben sollte. Jetzt habe ich zwei Blaue getroffen. Ringe. Ich brauche Ringe. So. So. Noch der Helikopter und ein Roboter. Gut. Schaffen wir. Und das ist der Sheriff-Roboter da, der Blaue mit dem Raketenwerfer. Ah, scheisse. Und. Boom. Sonic Boom. Keine Ringe? Alter, mach doch so einen Scheiss nicht. Brauch Ringe. Äh, ich habe Angst. Rote Rakete. Blaue Rakete. Und. Nein. Das war's schon fast. Ich, oder muss ich den mehrmals noch treffen? Ach, nö. Ah, der Boss ist nicht ganz so leicht. Musik ist trotzdem geil. Ey, das ist doch ein Witz. Alter, mach den. Ich bin. Bist du mich verarschen. Ah. Es ist schwer, wenn man so in vollem Lauf ist, da irgendwie das richtig zu timen. Komm schon. Gib alles. Nein, bitte nicht. Nicht zurück. So. Ein Roboter weniger. So, Tails. Du kannst eigentlich die Raketen vor mir abfangen. Das wäre sehr nett von dir. Scheisse. Blaue Rakete. Ich hole die mit gleich. Oder auch nicht. Scheisse. Blaue Rakete. Und rote Rakete. Nicht gut. Alter, ich habe die doch getroffen. Die verlieh gerade alle mein Leben. Die dritte Zone und... Ah, Mann. Es wird schon schwer. So, Konzentration. Wir schaffen es. Alter, das ist so gemein. Ich schätze, wie wir es nehmen. Das viermal machen. Das Mikrofon ist mir wirklich im Weg. Da, wo die Raketen kommen, da ist der Ständer vom Mikrofon. So. Bam. So müssen wir es machen. Hey, U-Bahn. CPU, cope. Was? Wie bitte? Jetzt sind wir hier. Backknock. Club Spin Age. Cool. Ah, war ja klar, oder? Und jetzt gib mir Ringe, verdammt. Gib mir Ringe. Dankeschön. So. Eins gegen eins. Ich hätte hoffen zwei im Helikopter. Zwei gegen zwei, besser gesagt. Ich habe Tails. Jetzt ist es unfair für euch. Bam. Und weg mit dem Scheiss. Ich habe es genau gesehen. Der blaue Roboter ist entkommen. Mann. Schande. Das war Zone 1. Okay. Dann kommt sicher noch eine Zone 2. Hilfe. Eckmann. Berück dich. Das ist sein Face. Einfach. Mit diesem Riesenfresser. Uh. Ich bin berühmt. Kamera. Was sind wir hier in einem, ähm, ähm, Kino? Behindert vorhanden. Voll cool. Voll cool. Und der wird traurig, desto mehr Bälle ich zerstöre. Oh. Lampenfieber. Wie geil. Lotto zahlen. Einmal. Einmal. Drei. Vier. Vier. Okay. Ach, das war die Anzahl Ringe. Äh. Ich mag Lotto. Was war das? Ist ja wie gerade ein elektrischer Strom gewesen. Alter, so vielfältig das Spiel. So extrem vielfältig. Schon wieder. Oh nein, geht weg. Uuuh. Hilfe. Oh Gott. Ist das so geil? Wir laufen jetzt auf dem Kabel, hä? Überall Mikrofone. Alter. Was sind das? Papirazzi-Fliegen?